Ja, da würde ich vorschlagen, Gerry, oder? Starten wir! Und zwar mit einem Haufen junger Männer, die eines richtig gut können, und zwar Stimmung machen und gute Laune verbreiten. Hier sind Vox Club und das Christkind kommt bald. Und wir machen jetzt eine Schneeballschlacht. Ja, aber ich popke mich schneller, das sage ich dann. Wenn der Christbaum in der Stuben steht, wenn der Christbaum in der Stuben steht, unser Winter uns den Schnee herweht, und der Winter uns den Schnee herweht, aus dem Ofen riechst im Platz all duft, aus dem Ofen riechst im Platz all duft, dann liegt Weihnachtsstimmung in der Luft, dann liegt Weihnachtsstimmung in der Luft. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, jetzt ist Weihnachtszeit. Wenn auf den Kannen schwitzen, goldene Lichtlein sitzen, kommt's Christkind bald. Wenn alle Glocken läuten und alle Sterne leuchten, kommt's Christkind bald. Wenn große Flocken schneien, sich alle Kinder freuen, kommt's Christkind bald. Alle haben so erfreit, es ist Weihnachtszeit. Wenn die Kinder sich an Schneemann bauen, Wenn die Kinder sich an Schneemann bauen, kommen die Geschenke unter'n Baum. Kommen die Geschenke unter'n Baum. Ja, dann tünten wir die Kerzen an. Ja, dann tünten wir die Kerzen an. Damit's Christkind ganz schnell kommen kann. Damit's Christkind ganz schnell kommen kann. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, jetzt ist Weihnachtszeit. Wenn auf den Kannen schwitzen, goldene Lichtlein sitzen, kommt's Christkind bald. Wenn alle Glocken läuten und alle Sterne leuchten, kommt's Christkind bald. Wenn große Flocken schneien, sich alle Kinder freuen, kommt's Christkind bald. Alle haben so erfreit, es ist Weihnachtszeit. Wenn auf dem Tal schwitzen, goldene Lichtlein sitzen, kommt's Christkind bald. Wenn alle Glocken läuten und alle Sterne leuchten, kommt's Christkind bald. Wenn große Flocken schneien, sich alle Kinder freuen, kommt's Christkind bald. Alle haben so erfreit, es ist Weihnachtszeit.